So, ich grüße meinen Malte Fien. Oh, you touch my tralala. Oh, you touch my tralala. Kick in die Fresse, sag ich dir hallo. Was ich bin, ich stein geladen, hast du selber Schuld. Kopf gestellt, du hast den schönsten Arsch der Welt. Arsch der Welt, Arsch der Welt, Arsch der Welt, Arsch der Welt. Die fragen sich ob die Geschichte wahr ist. Ich muss sie enttäuschen, sie liegen daneben. Sie ist frei erfunden. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Ich bin, ich voy, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Das wunderschöne Design auch wieder. Ja, jetzt machen wir mal den Farbtest, was? Damit dieses wunderschöne Glas ist, ist halt das schönste, hellliche Glas. Dann machen wir mal auf, wa? Es zirscht und knirpelt. Und rischt. Oh, das riecht ganz stark nach diesen blauen Himbeeren. Gucken wir mal rein. Ja, hier kann man auch leicht sehen, es schäumt sich oder färbt sich halt ab. Die Sapbeeren-Geschmack. Ganz wilde Himbeere. Ja, also es ist ein schöner Geruch, der durch den Zimmer richtig riecht. Erich, und dann machen wir gleich. Ene Mene Mai, fliegt los Kartoffel bei. Raus hier aus dem Studio, nach Hause, denn dort bin ich froh. Hex, hex. Da sind wir dabei, dann ist prima. Viva Colonia. Ja, wir lieben, das Leben, die Liebe und die Lust. Wir glauben an. Komm, ich reib dich wie beim Video. Und ich halt mich an dir fest. Alles, was ich will, ist Sex. Ja, wir lieben, das Leben. Das ist ein Zauberstab. Ach, was ich heute gemacht hab, Leute. Ich hab mein Zimmer aufgeräumt und staub gesaugt und aufgewascht mit meinem Wischmob. Ja, hab noch Wäsche gewaschen, eine Waschmaschine und aufgehoben, ja. Hab ein bisschen Musik mir angehört. Hab eine WhatsApp-Gruppe aufgemacht. Jetzt guck ich grad Fernseh, ich weiß gleich was, ich guck, ich glaub TRC, ich weiß es nicht. Hab ich grad mein Bett hingelegt, ich hab mein Bett sogar frisch bezogen. Ja, jetzt ruh ich mich grad mal ein bisschen aus. Ich war auch fort gewesen vorhin. Seit war ich auch nicht da. Ich war mal in dich verliebt. Tja, Fehler passieren. Oh mein Gott, dass dieses Mädchen kaputt ist. Ja, danke an deine Eltern. Danke, liebe Eltern. Danke. Ich liebe euch. Danke. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017